Willkommen bei mir zu Hause, ich bin Markel von Rapalje und wir werden die nächste Woche für euch einige Sachen aufnehmen. Nicht nur Musik, auch einiges anderes. Und wir fangen jetzt einmal an mit einem Lied, das heißt Jock Sur, wo wir uns alle vorstellen. Normalerweise stellen wir uns auf der Bühne vor, jetzt dürfen wir uns selbst vorstellen. Und ich spiele für dich jetzt Ziermonika, aber später kommt noch ein Mundemonika vorbei, ein Chituki, Boran, Tekistenbass und ich singe auch dazu. Ich bin Dieb, ich bin der Geiger von der Welt. Ich spiele, dazu singe ich auch. Ich spiele manchmal auch Tim Whistle und früher habe ich selbst mal Akkordeon gespielt, aber das war früher. Ich bin David Miles mit meiner Low Whistle, habe auch eine kleine Flute dabei, Tim Whistle und große Highland Backpipes, Alien Pipes und Border Pipes. Das war David. Und ich bin William, ich spiele Kituki, ich singe dabei. Ab und zu leihe ich mir eine Boran von Markel aus und eine kleine Flöte von David. Viel Spaß bei der Aufnahme Markel zu Hause. Das war's. 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 Ich bin Mamer. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 So be easy and free When you're drinking with me I'm a man You won't meet Every Day Slow nose Bis nächste Woche I'm a man